Das da ist Bisi, die Uroma von unserer Pauzi und die Ur-Uroma von den Babys, die da im Bauch sind. Ja, unsere jungen Randallierer halt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bisi, setz dich nicht da drauf. Du bist eine schlimme Uroma. Vielen Dank. Okay. Na, wir schauen uns jetzt schon raus. Okay. 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 Vielen Dank. Und hier könnten Apricot, Black and Ten, vielleicht auch schwarze Babys drinnen sein. Wird nicht mehr lange dauern, dann werden wir es erfahren. Vielen Dank. Vielen Dank.